Ja, na, hallo erstmal, ich bin der Let's Play HD HD 1080p, ja, und, äh, das ist mein erstes Let's Play, ne, und, na, und, wie ihr seht, spielen wir hier Minecraft, ne, ihr könnt mich aber auch, äh, Let's Play Meister oder HD Meister nennen, auch 1080p, wie ihr wollt, und, ja, äh, hier sind Bäume, ne, und, jetzt hatten wir da so ein bisschen auf der Erde rum, und, ähm, ja, das sind Kürbisse, ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, aber, die Kürbisse sind orange, ne, und, ja, und, jetzt, äh, hau ich, äh, Steine ab, und merke, ja, ne, irgendwie, ne, Aber man kann hier, ne, wenn man so guckt, kann man, wie ich kraften, und, ne, man kommt da, so, ähm, ne, kann man auch im Netz nachgucken, zum Mot, äh, auf jeden Fall, ähm, können wir nun, ne, und damit, äh, können wir auf jeden Fall, hier, wenn man das nicht einsetzt, hab ich nachgeguckt, hab mir ein guter Freund gesagt, ne, der Dude HD Meister LP, ne, ihr könnt ihn auch, äh, HD Meister Dude nennen, hat mir dann so gesagt, ne, wenn man nur so einen Stick, ne, so reinpackt, ne, dann, äh, dann, dann, kann man ganz tolle, äh, äh, ne, und mit denen können wir dann auf jeden Fall, ne, äh, so, Gebäude bauen, und, das ist ganz toll, weil, äh, äh, der Sinn, ich muss nur Minuten nachdenken, ne, ne, so, da bin ich wieder, ne, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dich hört, aber, ich nehme das jetzt gerade, äh, mit meiner, äh, auflösenden, äh, Video-Signal-Tour auf, ne, auch bekannt als Havini-Webcam, deswegen auch 1080p, weil, äh, äh, ich 1080 Versuche gebraucht hab, ne, um, das so hinzubekommen, damit es, äh, eurer Qualität, äh, genügt. So, hier zeig ich euch nochmal ein paar, äh, Szenen von Minecraft, ne, und, das sind Berge, und hier sehen wir, äh, Steine, und das ist Erde, ne, ne, und, äh, na, hier gibt's, äh, bergrunter, ne, und, äh, da ist Wasser, und jetzt sehen wir Fackel und Steine, und wenn wir jetzt weiterarbeiten, sehen wir noch mehr Steine, ne, und, äh, ja, ich hoffe, ähm, Visual Stay hat euch, äh, ne, gefallen, äh, ich hoffe, ich bekomme in Zukunft viele Abonnenten, und, äh, in jede Menge Klicks, und, äh, empfiehlt mich weiter, und, äh, in Wahrheit hat, ne, Gronkh auch nur von mir nachgemacht, ne, denn, ich existiere schon seit, ne, äh, äh, 2013, ne, und, äh, ich weiß ja gar nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin doch echt gehandcapped gerade, weil, äh, so, so, nur für euch, ne, extra halte ich hier, ne, hier seht ihr TNT, und, äh, ratet mal, was ich damit mache, extra nur, jetzt live und direkt bei HD YouTube, YouTube HD Dude Meister LP, 1080p, äh, seht ihr, die TNT hochgeht, toller Effekt, vor allem bei Minecraft, gibt's noch gar nicht besser auf YouTube, das ist bestätig, und, äh, und, äh, ich hoffe jedenfalls, es hat euch irgendwie, äh, gefallen, ne, und, äh, ihr wisst, was ihr an Lenio habt, verdammt nochmal, hallo, euch noch viel Spaß auf meinem Kanal, ich hab nur getrollt.